Hallihallo, ich begrüße euch zu einer kleinen Ankündigung. Ein neues DLC wird demnächst erscheinen, nämlich am 9. Mai 2023 für den TSV3. Es handelt sich um die englische Strecke Peak Forest Railway, und zwar die Strecke zwischen Embergate und Chinlea und Buxton. Am 9. Mai jetzt schon zur Pre-Order zur Verfügung gestellt auf Steam. Und das ist eine weitere UK-Dampflokstrecke. Ich würde sagen, wir gucken uns einmal gemeinsam den Trailer an und gehen mal den Artikel durch. Aha, schöne Innenräume da. So, Master 1960s Steam. Aha, klingt ja irgendwie ganz nett. Also, das ist hier die Strecke. Insgesamt 25 Stationen, was eine ganze Menge ist. Also, hier einmal Embergate, das ist hier unten da im Süden. Und hier ganz oben, das ist Go-Hall Sightings. Also, das ist praktisch so eine Art Abstellanlage, beziehungsweise so eine Art Güterabstellung. Wir haben hier tatsächlich mehrere Strecken, auf denen wir in diesem Sinne fahren können. Einerseits geht es um die Hauptstrecke zwischen Embergate nach Chinlea. Dann gibt es im Grunde genommen einen extra Streckenzweig für Passagiere nach Matlock. Ich glaube, das ist das hier. Also, dieser Streckenzweig, den wir hier sehen. Und dann gibt es eine Heritage Railway, also im Grunde genommen noch irgendwo eine Art Museumsstrecke, die heute wohl so vielleicht gar nicht mehr existiert, die irgendwo auch noch zu befahren ist. Vermutlich ein kleiner Abzweig irgendwo. Und es gibt noch einen begehbaren Fußweg entlang der Strecke. Hat man auch, glaube ich, schon in einem der Preview-Streams mal gesehen. Als neue Log wird mitgeliefert die LMS Fowler Class 4F oder 4F, je nachdem. Eine ganz neue Log, die uns das allererste Mal hier im TSW begegnen wird. Ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, auf die entsprechenden technischen Details. Das kann man sich hier alles im verlinkten Roadmap-Quatsch. In diesem Artikel darf der Love-Artikel selbst durchlesen. So viel sei auf jeden Fall gesagt. Es gibt eine neue Log und das ist ja schon mal ganz cool, wenn es wenigstens ein neues Fahrzeug gibt. Mit dazu kommt auch die Jubilee Class, meine ich. Oder die 8F, da bin ich mir nicht ganz sicher. Steht bestimmt gleich auch. Hier haben wir noch einen weiteren Screenshot. Hier praktisch im Güterzugdienst. Sieht schon irgendwie ganz hübsch aus. Auch hier mit Formsignalen. Da hinten ein bisschen Industrie. Hier Vegetationsobjekte sehen für TSW-Verhältnisse auf jeden Fall ziemlich gut aus. Hat man sich vielleicht ein bisschen was von der Niddertalbahn abgeguckt. Mal schauen. Diese Wagen sind übrigens komplett neu. Hier diese ICI Hopper Wagons. Genau. Die Jubilee Class und die Stanier 8F, die wir beide kennen von Spirit of Steam, werden ebenfalls mitgeliefert. So, dass wir also alle drei Dampfloks, die wir dann haben, auf einer Strecke zu sehen sind, werden. Gut, auf die einzelnen Details müssen wir jetzt nicht unbedingt eingehen. Hier auf jeden Fall noch ein schöner Screenshot. Mit den Personenwagen. Ja, sieht irgendwie ganz hübsch aus. Ich muss auch sagen, Vegetation sieht dieses Mal tatsächlich echt gut aus. Bisher auf den Screenshots. Mal schauen, wie das dann sein wird, wenn die Strecke rauskommt. Ob das dann immer noch so gut aussieht. Aber hier muss ich sagen, scheint die TG ein bisschen was dazugelernt zu haben, was das angeht. Ja, also die Strecke gibt es in diesem Sinne heute so fast schon gar nicht mehr. Beziehungsweise so in der Form gibt es die sowieso nicht mehr. Und sowas finde ich immer ganz cool. Wir warten ja immer noch auf eine deutsche Dampflokstrecke. Mal gucken, wann sowas mal realisiert wird. Aber der Wille zu Museumsbahnen, beziehungsweise zu historischen Strecken, ist ja auf jeden Fall vorhanden. Hier haben wir noch so ein paar, hier Enfield Road, so ein paar alte Poster. Das finde ich irgendwie ganz schön hier mit diesen Plattformmarkern. Sieht irgendwie ganz interessant aus. Hier mit Blumentöpfen und so ein paar Gepäckstücke. So wie man es von früher noch kennt mit so einem Gepäckwagen. Ja, sieht schon irgendwie ganz schön aus. Ja, hier muss ich sagen, Screenshot unvorteilhaft. Sieht man so ein bisschen die etwas zu blendende TSW-3-Belichtung. Hoffen wir, dass sie das noch ein bisschen in den Griff bekommen. Wir haben ja die neue Strecke da von Skyhawk Games, die viele, durchaus viele Probleme hat. Aber was die Belichtung angeht, ist die Strecke ziemlich gut drauf. Und da hoffe ich, dass die Peak Forest Railway-Strecke ebenfalls auf das Niveau noch rankommt. Oder an das Niveau noch rankommt. Hier noch einen weiteren Screenshot. Ja, hier in Buxton. Auch das sieht hübsch aus. Vermutlich werden es wohl die wenigsten von euch kennen. Auch ich kenne mich hier nicht aus. Aber angucken werden wir uns auf jeden Fall die Strecke zusammen. Am 9. Mai kommt sie raus. Für alle gängigen Konsolen und für Epic Games Store und für Steam für den Preis von 35,99 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht so eine Art Vorbestellerrabatt gibt, wenn man es halt preordert auf Steam. Das kann gut sein. Das weiß ich allerdings jetzt gerade nicht. Ich würde an eurer Stelle einfach mal raten, abzuwarten. Wartet auf die ersten bewegten Bilder ab. Auf die ersten Preview-Streams. Auf die ersten Videos und Streams kurz nach Release der Strecke. Guckt euch das an, falls euch das interessiert. Und wenn euch das interessiert, dann kann man ja immer noch zugreifen. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut. Tschüss. Ciao und auf Wiedersehen.